10 kills mit dem M320 Dart und 10 kills mit dem M320 LVG. Damit willkommen zum nächsten Waffen Unlocking und Waffen Review. Diesmal eben nicht direkt eine Waffe bzw. eben eine Tertiärwaffe oder ein Gadget wie es bei Battlefield ja auch oft genannt wird. Und für die 10 LVG Kills habe ich mich einfach mal auf Operation Locker begeben. Da geht denke ich vor allem gut Conquest oder eben Vernichtung, wie ich es hier gerade spiele, weil bei diesen beiden spielen wir oft um diesen Punkt, also ich meine bei Conquest ist die Flagge C, hier ist es einfach das Panopticon. Um diesen Punkt wird einfach immer oder nicht immer aber sehr häufig an diesen zwei Fronten gekämpft und man kann sehr gut mit dem M320 LVG einfach nur da stehen und spannen. Das ist etwas, das ist keine wirklich schöne Spielweise, das ist auch keine sehr spaßige Spielweise. Ich flankiere dann eigentlich lieber außen rum, um dann den Gegner von hinten zu erwischen. Hier steht man halt einfach mit ein paar Teammates aneinandergereiht und spammt den M320. Nicht gerade die spaßigste Variante, aber wenn man bedenkt, dass es darum geht den M320 3GL freizuschalten, ist das wohl der richtige Weg, das zu tun. Ja, die M320 LVG Kills ging dabei, wie man sieht, noch relativ einfach. Da ist zwischendurch auch mal ein Double Kill drin, wenn man eben einfach mal die richtigen Stellen trifft. Aber das Ding hier, der GP30 Pfeil oder eben M320 Pfeil, ich habe da den Fehler gemacht erst die M26 Dart oder M26 Pfeil zu benutzen. Die geht noch einfacher, das Ding hier ist die Hölle. Also wo ich hier gerade die zwei Kills in Folge gemacht habe, ich habe Sprünge auf meinem Schreibtischstuhl gemacht, weil ich so froh war, weil mehr als ein Kill war eigentlich nie drin. Der Reload von diesem Ding ist einfach absurd lang für eine Shotgun im Nahkampf absolut nicht zu gebrauchen. Ich frage mich, warum man diese Waffe ins Spiel gebracht hat, weil sie einfach scheiße ist. Hier habe ich dann das Ding schon freigeschaltet und will aber aus Ehrgeiz doch nochmal einen Kill mit dem Ding holen, aber schaffe es natürlich nicht, weil zwei Kills in Folge sind wirklich schon eine Leistung. Also Hut ab vor jedem, der mit den vier Schuss, die man glaube ich mit dieser Waffe am Anfang hat, viel Kills kriegen sollte, das ist eine wahre Leistung. Irgendwann hatte ich die Kills dann aber zusammen und habe dann den M320 3GL ausprobiert und falls euch wundert, dass die Clips, die ich mit dem M320 3GL aufgenommen habe, immer so kurz ist, ja das liegt daran, dass der in etwa so scheiße ist wie der M320 Dart. Diese Mini-Grenades, die der 3GL verschießt, haben eine lächerliche Reichweite, wenn man sie mit dem normalen M320 oder eben dem M320 LVG vergleicht. Man muss extrem hoch zielen, um Ziele jenseits der 50 Meter zu erwischen und dazu haben sie eine extrem niedrigere Reichweite, also einen sehr kleinen Splash-Damage-Radius und dazu noch einen sehr niedrigen Schaden. So wie man hier sieht, ich hau einfach mal im Nahkampf drei Granaten auf einen Gegner rauf und davon treffen ihn glaube ich auch ein paar, zumindest eben das Splash-Damage sollte ihn treffen. Auch hier wieder, ich gehe in eine Gruppe von Gegnern, bei der ich gleich nochmal spawn, um dann nochmal reinzuhalten. Und was kriege ich? Einen Kill. Also es ist wirklich deprimierend zum Teil gewesen, wie schwach der 3GL war, gerade wenn ich überlege, was es für ein Kampf war, ihn mit dem M320 Dart freizuschalten, weil diese Waffe, die macht einfach keinen Spaß. Und ja, leider macht der 3GL auch nicht wirklich Spaß. Es ist nicht die Noob Tube, wie der M320 in BF3 oft genannt wurde. Es ist einfach nur eine Scheißwaffe. Also wer Lust hat auf eine Challenge, immer her mit dem M320 3GL. Vor allem, wenn man hier auf Metro anguckt, die neue Metro, die lässt sich von außen an den Häusern eben nicht kaputt schießen, was irgendwie noch so ein Vorteil vom 3GL sein könnte. Aber das gibt es eben hier nicht und deswegen mein Urteil, spart euch die Mühe, ihn freizuschalten. Es ist leider nicht wert. Hier sonst das Assignment nochmal, wenn ihr ihn gerne haben möchtet. Ich kann es nicht empfehlen. Weiter geht es dann demnächst mit der SW40. Bis dann.